hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge die polize 2013 schicht starten personenkontrollen mit pda durchführen ok ich mache ein headset leise klappe heute spielen wir mal das mädchen einfach mal so kannst du mal nichts vorhin schon sagen denn die sich die tue ist immer noch voll laut das headset so hier steht ein bantley eiskalt ich will den bantley fahren ptw b15 ja krasse kacke einsteigen wo rennt die denn die läuft voll außen rum aber auf einmal nacht haben wir nicht so oft also mal personen oder ok eins haben wir gemacht 34 weitere ok das machen wir mal lieber zu fuß das auto kann ich später holen es sind zwei weitere drei sogar wuhu und den schwarzen leo walter ist nichts gegen schwarze oder so einfach nur so habe ich das jetzt gesagt da 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 bleib stehen habe ich nicht an so komm verkehrsunfall edisonstraße bewerten sie die situation vor ort und treffen sie die erforderlichen maßnahmen ok dann mal los ja los da ja nicht sehr genau von dem polizeiregie geht doch ja als nächstes krankenwagen die ist besoffen die olle noch ein paar fragen stellen die abschlepper die sagt nichts aber wir haben den abschlepper gerufen polizeitransporter wird benötigt der schlägt uns gleich weg total einsatz hier total krasser einsatz was soll der jetzt da machen und jetzt hier raus fahren und auch den anderen weg da raus fährt rückwärts fährt rückwärts doch er hat gecheckt wie man sich dreht ach da ist er wieder äh nein wer sind sie mhm okay warte mal wie hat der wagen trotzdem ein abschlepper steht falsch der abschlepper ist glaube ich jetzt weg rückwärts natürlich nicht dann wenn man den braucht dann kommt er nicht nicht ich möchte das jetzt schaffen alter letztens habe ich ja die Alkoholkontrollen nicht hingekriegt jetzt will ich wenigstens das hier hinkriegen die Decke fehlt juhu so sieht aus als würde er der ist besoffen r 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 weil daneben gespult r r der kommt so durch polizeitransporter wird benötigt r r r r r stehen bleiben hallo r ok r 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 step r r Ja wenn das Auto kommen würde, ich mach noch eben bei der eine Kontrolle, Joana Wagner, Auto auch schon da, okay, go, ach nach hinten, so, ich glaube das ist das erste Mal, dass wir auch nachts rumfahren, Alter, es ist immer hier so in der Nähe, da brauche ich doch gar kein Auto, was ist das, los, 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 schon wieder die, das war nicht alles, die sollen sich immer abwechseln, äh, genau, die ist durch, Alter, jetzt guckt euch das an, zap, zap, durch den Krankenwagen, durch uns durch, und da drauf, ist das nicht geil, okay, wir wollen sie jetzt durchfahren, hm, ah, ja genau, fangen sie uns um, Alter, wir haben sie nicht gerufen, um Geld zu kriegen, hier, fangen sie uns ruhig um, ja, 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 super, verschwindet einfach, Mail-Therapie, die A-Kontrollen, ist man bei der da und da, bei dem da hinten, oder so, keine Ahnung, ich bin noch voll müde, wir haben gerade 11 Uhr, oder bei denen hier, mach ich das jetzt, okay, Holger Schwarz, äh, Zoe Koch, Zoe Koch, okay, Zoe, sie wollen, was, ich will lesen, was da steht, sie wollen, ein neues Auto, nee, dann komm, was, nee, dann kommen sie zu uns, Auto, Autohaus, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen, weil das so verpixelt ist, aber auf jeden Fall ist das da hinten ein, Philipp Walter, schon wieder so ein Walter, auf jeden Fall, oder ist das das selber, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ja ein, BMW E-Zetter, interessiert kein Schwein, aber ich wollte es einfach mal sagen, Emily Hoffmann, ich mach nur meinen Job hier, Johanna, ist schwer, Verkehrsunfall mit Personenschaden, ein Passant wurde von einem Pkw angefahren, bewerten Sie die Situation vor Ort, und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen, kurz vor Mitternacht, was sind die meisten Unfälle, was ist das, ich hab schon langsam keinen Bock mehr auf das, Alter, sind immer die, willst du mich irgendwie verarschen, Okay, dann fahr weiter, Affe, Alter, Fahr mal weg da, Alter, scheiß Affe, ich fahr wieder falsch, nur wegen dem Affen, oh mein Gott, Alter, hör auf, so zu driften, boah, Alter, ich lenke doch kaum, was ist das, nur wenn ich ein bisschen schneller fahre als sonst, ne, doch, ne, hier, genau, wo ist der Pkw, oh, der Pkw ist durchgezogen, Fahrerflucht, oh, okay, er ist fast tot, gleich muss ich irgendwas ins forensische Labor bringen, ja, bringen Sie das Beweismittel, das Sie an der Unfallstelle gefunden haben, so schnell wie möglich ins forensische Labor, ja, und den einfach liegen lassen, oder was, ach, gut, so, ein, giftgrüner, was, Skoda Octavia, ernsthaft, ein giftgrüner Skoda, warte, komm ich da rein, schade, hm, das wäre lustig, ein giftgrüner Skoda Octavia, bah, okay, Geschmackssache bei mir, mhm, finden Sie den Täter, nehmen Sie ihn fest, und lassen Sie ihn abtransportieren, okay, PTVO11, ja, renn durch die Motorhaube, Thomas Schöfer, okay, wie lange, 11 Minuten, genau, Toyota Prius, fahren wir nicht vor die Fresse, das fahren wir wieder so einen übermäßigen Kreis, Alter, Ach, ja, nachts durch Deutschland zu fahren, ist einfach nur geil, weil hier so viele Leute betrunken Autofahren, wir noch nie, Alter, willst du mich verarschen, Schatz BMW, Fahrer, BMW ist gut, aber nicht der Fahrer, ist mich, wenn der jetzt, warte mal, P, T, V, O, L, nee, ist nicht der selber, was ist das, der da, mach mal das da aus, Achtung, hier spricht die Polizei, bitte halten Sie umgehend an, Ja, ne, nicht hinterher, ich fange jetzt mit dieser Geschwindigkeit hinter dem her, bis er irgendwann selber einen Unfall baut, ne, ich habe keine Zeit dafür, willst du mich verarschen, nur weil das so ein riesen BMW ist, Ach ja, schade, Krankentransport, bitte kommen, Abschleppfahrzeug, bitte kommen, der Abschleppwagen ist viel, viel früher gekommen als der, als der Rechnungswagen, oh, oh, schnell weg, bevor der uns den in uns rein macht, Ach, Straße absperren, Okay, machen wir weitere PDA-Kontrollen, Hey, bleiben Sie stehen, Karl, Fuchs, Okay, wir haben jetzt wie viele? 18, Ich sehe keine weiteren Passanten um diese Ozean, Ah, doch, da hinten, Ah, da noch einer, noch eine, und da, und da, woher kommen die Zolle, Okay, Nina, schwarz, schon wieder so eine Familie schwarz, Jonas weiß, Jonas weiß, schwarz, weiß, okay, Zoe, schon wieder, Zoe Hahn, Stopp, Polizei, oder sie, Oma, schon wieder eine Zoe, in diesem Alter nennt man doch keine Frau Zoe, oder, der Zoe ist doch, ich kenne mich damit nicht aus, okay, Zimmermann, Zoe Schimmermann, wo, wir heißen sie, mein Herr, Jason, Fischer, Okay, Stopp, die hätten uns durchlassen müssen, ich muss den da, den wir schon angehalten haben, nochmal anhalten, oder, Kontrollen, Scheiße, oder Laterne, was auch immer das jetzt gerade war, Sebastian Peters, okay, da hinten habe ich noch irgendwelche gesehen, da, 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 Karl Albrecht, in einem Club wurde eine Person mit K.O. Tropfen in ihrem Getränk außer Gefecht gesetzt und dann auch ausgeraubt. Der Täter befindet sich wahrscheinlich noch in der Stadt. Ermitteln Sie vor Ort, finden und verhaften Sie den Täter. Mhm, wenn man Auto kommen würde. Da. Anstatt so rum zu rennen, rennt der so rum. Siehst du nicht, dass wir die Sirene haben, die Sirene haben, du Fisch. Wie lange? 16 Minuten schon am Önfnehmen hier. Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder so ein Kreis fahren. K.O. Tropfen, das ist auf jeden Fall was Schlimmes. Nicht zu Hause nachmachen. Das ist gefährlich. Aufmachen. Aufmachen. Mhm, die Person heißt Christoph Schneider, okay. Sie kennt den Täter. Was? So. Ist höflich gemeint. Außer, sie kennt den Täter, der hier öfter zu Gast war. Sein Name ist Emil Scholz. Okay. Der Täter hat den Club erst vor kurzem verlassen. Wir brauchen noch 10 Steck. Jee. Untersuchen wir es. Äh, keiner geht. Okay. Ähm. Fordere Krankentransport an. Ich würde eigentlich die Frau spielen, aber... Ja, Emil Scholz. Ich würde eigentlich die Frau spielen, aber... Ich spiele jetzt mal die Frau. Ich habe es einfach vergessen. Ich weiß, ein Mensch kann vergesslich sein. Oh mein Gott. Okay, wir müssen noch mal wieder so einen scheiß Kreis fahren. Was ist das heute? Ich dachte, ich kann die Folge heute anders benennen als... Rüße kreisen fahren. Oder irgendwie so. Oh mein Gott. Das war geplant. Außerdem, ich weiß nicht, dass Büsche so hart sind. Und die Autos so schnell ausbrechen können, wenn man 20 fährt. Emil Scholz. Wir packen das Auto jetzt hier. Wir sind nämlich Polizei. Wir dürfen das. Warte, es ist... Es ist... Hey, Vorsicht! Oh mein Gott. Das, der das zulässt. Ah, PDA meine ich. Die Sucht wegen Betäubungsmittlung. Okay. Ich muss den... Den farbigen... Da, da. Befragen. Ja, die Person. Okay. Bitte ins Auto einsteigen. Fahren Sie ihn um! Nicht so oft. Ah, schon wieder derselbe. Wird... Zurzeit gesucht. Los, los, los! Müssen wir das wirklich so schwer machen? Oder eher gesagt so leicht? Achtung, aufgepasst! Oh! Ich möchte nur sehen, was der machen tut. Äh, wie der einfach davon stirbt, alter. Vordere Krankentransport an. Was macht die, alter? Wie der einfach die... Da... Umfällt von einem... Schlag? Ah, so ne Pussy. Das ist dieselbe, dann die da... Oh mein Gott. Äh, Simon Fischer. Warte, willst du das auch mehrmals machen? Nö. Hm, Hannah Bauer. Das sind wir alle hier so auf dieser... Straße hier so untersuchen. Marie Klein. Ja. Hey, Vorsicht! Oh! Alter! Pussy Kampf hier, oder was? Gut gemacht. Was ist los mit euch? Ach. Ähm... Person ist unverdächtig. Ach, schon wieder der. Oh. Sorry. Für Kirstunfall. Albert Einstein Straße. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Okay. Wird gemacht, Chefin. Okay, dann mal los. So. Wie die Albert Einstein Straße, oder Albert Einstein Straße, wie die auch heißt. Ähm... Keine Ahnung. Okay, den Fahrer muss ich befragen. Was... Äh... Was passiert ist, wenn ich selber Unfälle bauen. Das wäre hilfreich, wenn ich das... Machen würde... Oh! Ich hätte fast passend umgefahren. Oh mein Gott! Stopp! Mann, ich dachte schon. What the fuck? Okay, das ist ein richtig krasser Unfall. Krankentransport? Bitte kommen! Aber schnell! Äh... Halte... Ach, mein Gott. Alter, guck mal. Ich habe wieder Alkohol im Spiel. Also ich muss mir das eben hier ansehen, Alter. Was? Ja, genau. Hier stelle ich jetzt einen Radarfall auf. Ich wollte eigentlich... ...ein Tatort untersuchen, wenn das gehen würde. Nein, noch nicht. Ich will mir jetzt für den Schaden begutachten hier. Ja, sicherlich! Warte noch mal rein. Hat schon genug Schaden. Und der... Ja, wir müssen jetzt schnell hinterher, solange er nicht weg ist. Schnell, 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 schnell! Schnell! Und vor der durchzieht! Ich würde eigentlich nur fragen, warum der jetzt in dem geparkt hat. Oha! Der zieht aber. Wow! Ich hätte einfach gerade rausfahren können, dann hätte ich ihn den Weg abgeschnitten. Ich... Idiot! I'm so an Idiot! Oha! Schade, dass man keine Straßenssperre anfordern kann. Was ist das denn? Ist doch nicht der. Ich hätte gerade eine andere Farbe gehabt. Keine Ahnung. Dass der nicht durchziehen kann, ne? Ja, sicher! Stirb von diesem Unfall. Alter. Boah! Das ist doch nicht mehr... Ist doch nicht mehr wahr, dass sie so schnell sterben tun. Da kommen jetzt alle von derselben Straße. PDA, ich muss es noch schaffen. Oh mein Gott, 23 Minuten. Ich schaffe das noch. Ich nehme jetzt keine weiteren Wissens mehr an. Hallo? Passanten? Hallo, ich muss es noch schnell schaffen. Da, 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 da. Bitte, bitte, bitte. Ich muss es noch schaffen. Ähm, das ist... Emil Wehner, okay. Noch drei. Noch drei. Äh, Anton Winker. Was ist mit dem? Hab ich doch. Ich schicke nicht, was das jetzt sein sollte. Oh, 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 oh. Ben Walter. Und den da, das ist mein letzter. Oh mein Gott, du bist mein Schatzi, dass du da bist, da. Wer bist du? Michael König. Ja, Michael. Michael König. Ja, geschafft. Wir haben eine Aufgabe gekriegt. Mein Deutsch ist auch für den Arsch. Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge von, äh, äh, die Polizei 4000, die Polizei 2013 Dissemination gefallen. Auch wenn es jetzt nicht so spannend war. Aber, naja, ähm, kommentiert, Daumen hoch, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss.